hallo meine lieben freunde des gepflegten erlässern wir kommen hier zurück bei einer weiteren folge auf der ehrengrad mit dem lieben florian ein wunderschönen der letzten folge hat sie unser juder links der steuer aufschacht die mission 14 zu vollenden die werden wir jetzt auch klar abschließen oder hast du ich habe ich noch nicht ich bin gerade voll dabei alles was wir am hof haben an oder war die meinten drei die mülle so viel zeug also so viel geld mehr alles sieben tausend euro das unterste trick hat der folgsam perfekt da gucken wir mal einer von unsere acker oder augen muss da was ackern brauchen weiß ich doch noch über die fünf ja okay das dauert noch weiter deswegen kann er noch missionen machen waren da vorher noch üben waren auch noch mehr missionen damit weil voll den eumel um lokom mit deinem feld zu gerüben fahrt ja das sind nur kartoffeln ja lehrte aus der dinge der helfe ist aufbaut habe ich schon aufbaut er kann das hier auf dem weg nirgendwo ja von mir aus ja ne ich lade den und tank den kleineren ab und dann fahr ich den haufen nochmal weg und jetzt so gut im ballern nur so ist er dann normalerweise umzusetzen aber fand ich fahr da noch genau ein mal und dann ist lehrt und zwar praktisch vom Prozent und sind zu werden weg das gut zu überlegen wird immer ein solcher ich mache ich so nur möchte er mit jeder weiß jetzt geht's ab nur durch können nur weiterfahren lassen wir und dessen dann kann ich dann mal fahren das passt und umleuchten, nein, jetzt wird geballert cool Gas warte geht Radio an Gasbedarf ist schwarzen, dann gehts ab oh das wird uns gleich spaßig mit dem da noch mit Zucker gut Zuckerribe das kann was werden den helft oh du kommst gar nicht drüber hier vorne ach ne du fährst halt hinten rum ich komm schon zu dir wo muss denn das Zeug überhaupt hin festbohrn Getreidemühle ok oh gut alter schieb diga leeg und die Visions Zuckerribe müssen da hin oder äh ne achso ich baue da ist ja mit 53 im Kreisverkehr das kann was werden ja wobei wir müssen nicht ganz aus sonst geht er nicht es ging echt niemals Schüttler mit Nummer oh 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 f11 ist an Zeug drüber ab geht's alter das ging sogar der zieht aber gut so drei hänger gut die ist hier noch leer alle drei aber drei oh oder moment drei habe ich mal verpasst nur weil die augen stark bauer wenn wir zwei dätschen bekomme ich da nicht rückwärts an der d ich drück doch mal an schützung doch mal an der dazugeben 240.000 im lager oder diese wennglosen nicht aber jetzt muss erzielt der schritte lehrt gillen bist du vorne oder hinten reingefahren uh... also nicht vor allem damit im kuhlstall aus Oh fuck, das wird mir jetzt echt Aber Ich schieße da rechts rum Ich habe drei Hänger dran, ich bin lang Oh, le Nur warte, wir können zu zweit fahren Bin hängen geblieben, Mami Alter, ich bin gerade so knapp überall am Flanken Das glaubst du nicht Ja, ja, ich bin hier zwischendurch zu kämpfen Das war doch keine so gute Idee Böcke rüben voll Gnader Ach, wie Da ist ein Zug, ich höre Was? Der kommt gleich Ach nee, der steht hier Ja, der steht Ja, nee, weil ich im Büro rein tap bin Und da war dann Schranke und so Ich komme nicht mehr weiter, Alter Ja Oh, ich bin hier So, ich müsste passen Oh, ich muss hier Los, stehst du noch da mit deinem Feld, ja? Ja Bin oder? Bin oder, ja? Ja Alter, 135.000 Liter Ja, ja Bist du soweit? Ja 140.000 Liter Ja Wenn das noch ist Ja, da haben wir gut was rauskommt Ich habe fünf, so Da bin ich immer wuchtig, der aus dem Liter dabei Oh, nee Oh, nee Oida, jetzt müssen wir noch kämpfen Ja, lass dich voraus, wenn er keinen, wenn sie es anschieben Mach eher deine Rundumleuchte einordnen Ja, die habe ich schon Ah, hilter Alter, die werden so bergab schieben Mami, 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 geht sogar Ist sogar gegangen, nicht Ja, ja Aber ich fahre sowieso bloß süßig, wer geht nicht bei dem? Ich stehe voll im Saft, Alter Volle Kani Oh Gott, oh Gott Aber er lässt sich schnell wieder fangen Da ist keine Straße Ich weiß Okay Du wirst gleich sehen, warum Jetzt such da, der Buur Alter, der Aber und so bricht der ein bisschen aus Reiß ich hier rein? Wieder runtergeschalten Na, scheiße, ist gar nicht Der Buur, der Arme, Alter Vielleicht bring ich den alle drei auf einmal ab zu laden Ich kann auch abladen Oh, Alter, jetzt stück ich irgendwo Oh, jetzt ist es vorbei Jetzt hängt der Jetzt ist er in der Luft Oha, ich häng jetzt eine Menge der Luft nicht Aber Alter Reuter Alter Ich bin nur ein Hänger durchgefahren Muss ich die schieben oder nicht? Nein Der vorne ist nicht leer Also Hey, wo kippt denn der ab, Alter? Der hat innen drin abgehört, okay Der arme Buur, Alter Der arme Buur, Alter Der arme Buur, Alter ich bin in der Nähe der Tränen Bescheid egal Kupfstum mit deinem Fett ich bin durch die Nähe ich gebe auch das und ich habe mir die Weite Minima ja voll rumpfugt ich steh voll drinnen im Saft 50 60, 63, uha jetzt gehts ab der läuft 63 nimmer, ah der 50 und nimmer oh leck du der läuft mal über 33, uah 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 ich hab mal ein wenig so nicht, Maria schieb auf da jawohl so muss das oh alter wie der ruf spielt schauen wir schneller ist definitiv nicht ich oh man ah denn voll rum dran und bekannt so in das aller und das war voll machen wir nur wenn ich bei dir schon auch so ein Bild weil sie wird ne wurde für sich getötet und da rum, ja doch ne, doch nicht nicht wenn ich den Teil da hinten ein Stück, noch ein Stück, ja ähm wir wissen doch gut was für dich drin sein der hat's auch schon bald, der ist voll dann habe ich Hilfe raus und ansonsten steht alles oh scheiße, jetzt häng ich hier ich häng am Tor ja, ich hab 80.000 Liter die Hälfte geht zwar daneben, aber gut ne, ne aber jetzt 70% 80 90 90 die nächste Bahn musst du nimmer fahren schieben die Sinne ja wenn du auf Ton kommst, das geht gar nix alter ja schieb mit 28 merkst du was er sich schiebt? ne ok vielleicht eher dann maybe, oh Gott oh Gott oh Junge aber es geht eigentlich bis dich rumtränt ja der ist schon, aber trotzdem schiebt er mit permanent am Gegenlenk dann teilweise ja ja jetzt muss er ziehen der Steier 51, 52 komm, das geht noch 53, 54, jetzt geht ja da so wenn wir furcht gehen wenn wir furcht gehen gäh 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 münchen lüns bieter abladen ist bei der ich bin all sie jetzt so weit du kannst er die Welt der Dekore geöffnet in der juli die neuer auch sie hatte ich vor ob er weist du könntest einfach vorwärts wegfahren wieso wurscht keine freie kapazität mehr für zuckerrücken wir wollen wir weg knattern musste das steht dahin ich habe ein stück wegfahren weil das ist die ganze ding hauptsache ich habe noch welche drin fällt mir genau man auch nicht ja du lächst uns zu können und dann kommen wir die Kumpel abkippen die freie ist ja bloß noch passt mehr rein wer ein Tag oder in der hinteren wir können schon beide was reinkommen ja die vorderen der Städte Schäufe drin so um schon zu tun unter 20.000 Liter Kinder rei wir müssen trotzdem zweimal fahren mit dem kann man gleich mal gucken wo die Missionen hin müssen aber ich bin ja dann fertig kann wieder zu meiner Kartoffer ja du kannst mir das ja deine Kartoffer oh hallo fahrkönner fahrkönner jawohl ich zieh da drüber alter zieh jawohl nein haben wir verkeilt oh man du musst ein bisschen schräger ja ich fahrs direkten Weg alter ja wir sind an der Stadt rand fahren dann kann ich wieder anhängen dann kann ich auch an der Stadt ziehen ich fahrs direkten Weg zur Unzheim ok ich fahrs 10 auf ja 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 nein komm die letzte Achse geht geht doch wohl in eigene Axt bin ich jetzt hängt aber man 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 ist ja mal ja ja das ist ja 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 19 100 Liter, weiß ich nicht, könnte kritisch werden, ich glaub nicht, oder? Warte denn? Äh, ne. Doch, geht's ja gar nicht, zwei Jaws geht im ganze rein. Wunderbar. Hab's geschafft! So, Kartoffe, ich bin wieder da, kann ich wieder abtanken. Da hab ich schon vermisst, ja, ja. So, hab ich da stehen lassen, 1 A. Weiter hupft der lang. Dann kann man wieder rein, knallen. Eine Mär 56, 55 schaffst du dann nicht das Teil. Naja, das ist schon schwer, einfach. Du sagst ja, ne, mehr mach ich nicht. Ne. Äh, jetzt bin ich noch ein Rammenschlitter. Uuuh, ne, ne. So. Er hat eins aus, aber auch gesagt, das passt. Glaublich, da ist's, auch jetzt mal los. In der vorhanden Kankurgier muss ich nicht einmal trinken. Nein, das ist die erste Seite. Ich danke dir, ich glaube ich. Ich habe noch zwei Shawshort mit dem Rammenschlitter. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt mal stecken, ich kann dann gleich weiter nach oben belegen. Ich habe dann auch immer wieder nach oben nach oben. Also ich kann dann gleich wieder nach oben machen. Ich kann dann erstmal über das Zubterumfeld drüber 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 drücken. Dann kann der wieder drüber 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 drücken, dann kann man dann mal drüber 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 nach. Du brauchst das Acker, du bist bei Neurigstadt, ich glaub' jeder Du brauchst du mal, dass du den Führer leer wegkommst Hm? Ich glaub, ey, ohne Scheiß, ich glaub, wir müssen wieder und alle mit So, fahr'n wir den mal her Ja, der ist also verschlag, das heißt, wir müssen tanken und da kann er gleich weiter machen Also kleiner ist ich bloß mit dem Flur unterwegs Momentan Aber dafür ist halt perfekt Hör auf dem Flur rainbow laut Musik Hör auf dem Flur Hör auf dem Flur und dann muss ich mal das war zu weit jetzt sagen wir passt oder dazu ist noch fast 40 Stunden 133 das ist schon gut dabei aber in dem Halle nur Zweck von Jau und zu mir ja ja ich bin nicht das Zuckaball komplett vollfäuscht ja ich bin die haben wir noch weg und dann passt aber liebe Leute wir sind trotzdem mit der heutigen Folge auch schwer fertig jetzt wieder durch die Outmateration die nicht mehr spielen darf ein Däumchen wäre ein Träumchen nur Karschauer aber kein Cent unten den roten Knopf drauf her wir fangen die getan Glocke aktivieren dann würde ich nächster verpassen was passiert dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Hangar immer noch so ein Snipehin.de zusammen mit der Führung bis dahin macht es gut haut rein und ciao ciao oh das wird verengt oh ja und ich habe 98% jetzt oh ja wir sind farmer farmers we we farmers farmers we Untertitelung des ZDF, 2020